Ja, hallo, herzlich willkommen hier bei den Backend Talks. Ich freue mich sehr. Du wirst heute der letzte Speaker sein, aber dafür ein sehr spannender. Philipp Haller ist gerade bei mir. Du machst was ganz Besonderes. Du vermietest Elektroautos. Das ist aber jetzt ganz einfach ausgedrückt. Vielleicht erzählst du uns das ein bisschen genauer, wie das wirklich funktioniert bei der Firma, die du selbst gegründet hast, die InstaDrive heißt. Ja, vielen Dank. Nach meiner Vergangenheit irgendwo bei Volkswagen haben wir uns überlegt, was ist die Zukunft, wie geht die Entwicklung weiter, wie kann Elektromobilität Fahrt aufnehmen und haben gesehen, dass einfach die Leute verunsichert sind und nicht wissen, was machen wir mit dem Elektroauto, wie funktioniert es, halte die Batterie, was ist mein Auto wert in ein paar Jahren und es ist extrem viel Unsicherheit da und die wollen wir rausnehmen, wollen einfach ein Sorglos-Paket dem Kunden anbieten, wo er sagt, okay, ähnlich wie beim Leasing auf drei Jahre, 20.000 Kilometer, monatlich habe ich meinen fixen Preis, zum Beispiel 4, 400 Euro und da ist eben alles schon inkludiert von Versicherung über Wartung und danach gebe ich das Auto zurück. Inklusive eigenem Plugin daheim, das ich aufladen kann in der Nacht oder wie? Ja, im Endeffekt eine Ladestation gibt es auch bei uns dazu, wo ich einfach dann in der Steckdose zu Hause dann das Fahrzeug wieder laden kann, komplett richtig. Okay, jetzt muss ich mal nachfragen, du kommst von VW, hat VW da irgendwie so die Idee gehabt, man muss ein bisschen den Trend pushen und setzt dich da als Trendsetter in den Markt oder hast du auch andere Marken? Naja, ich würde sagen, genau eher umgekehrt, dass die Automobilindustrie eigentlich vom Teilevertrieb lebt und dementsprechend eigentlich nicht wirklich gewillt ist, das zu pushen. Der Druck kommt von den Kunden, der Druck kommt von der Politik, irgendwo die sauberen Städte da irgendwie zu fördern und deswegen sagen wir auch, ja, wir geben dem Kunden ein faires Angebot, machen es dem Kunden leichter und der Kunde muss im Prinzip die Industrie pushen, dass die auch die richtigen Fahrzeuge in der richtigen Volumen dann einmal endlich zur Verfügung stellt. Das heißt, du glaubst an Elektromobilität, weil es ist ja so, dass ja auch diverseste andere Arten von Antrieben derzeit im Versuchsstadium oder auch in der Umsetzung sind von, ich weiß nicht, Wasserstoff bis zu Hybrid sowieso und bei euch ist reines Elektroauto oder ist das sehr unterschiedlich, die Dinge, die wie eure Fahrzeuge betrieben werden, die ihr vertreibt? Nein, sehr gute Frage, sehr guter Punkt. Ich glaube, das ist eigentlich derzeit das Hauptproblem und ich glaube auch, dass es ganz bewusst geschürt wird, diese Verunsicherung, diese Fragestellungen, was kommt, ist es Wasserstoff, ist es Brennstoffzelle, was auch immer, absoluter Schwachsinn. Es gibt eigentlich nur eine Alternative derzeit, das ist die Elektromobilität, es ist der Elektromotor, der ist ausgereift, der ist funktioniert, der ist getestet. Norwegen lebt uns vor, China lebt uns vor. Es gibt überhaupt keinen Grund, dass man das nicht stärker forciert und genau mit diesen mit dieser Frage, was kommt als nächstes, bremst man eigentlich die derzeitige Umsetzung von der Elektromobilität und die ist reif und gehört einfach nur ausgerollt und da helfen wir mit. Soll ich noch zwei kurze Fragen, vielleicht magst du mir das kurz beantworten? Ich war mal bei Greisel und habe die interviewt. Wie groß darf so ein Akku sein? Wie klein soll das sein? Wie gut funktionieren die jetzigen schon? Naja, ich komme jetzt zwischen 200 und 300 Kilometer, Tesla sowieso weit drüber, bis zu 500 Kilometer. Es kommt jetzt der Jaguar I-Pist, der Audi e-tron mit Reichweiten 400, 500 Kilometer. 2020 kommen dann die nächsten Fahrzeuge. Dementsprechend ist man mit dem Reichweiten-Thema bald durch. Ja, ja, und Ladezyklen, Festigkeit, überhaupt kein Thema, die sind enthalten. Okay, Frage, mit wie viel Euro bin ich dabei, wenn ich monatlich ein Auto mieten möchte? Also bei uns geht es los ab 200 Euro. 200 Euro? Was, da kriege ich ein ganzes Auto schon? Ja, der Smart ist man mit 200 Euro dabei. Mit der Anzahlung? Ja, natürlich ist eine gewisse Anzahlung dabei, aber ich sage jetzt, ein Durchschnittsauto ist man irgendwo bei 500 Euro. Und da ist halt wirklich die Vollkasko, die Wartung, die Vignette und alles dabei. Und wenn man sich das durchrechnet und die einzelnen Positionen selber zahlt, da ist man sicher immer teurer. Okay, gibt es eine Marke, die du empfiehlst derzeit, die wirklich voran sind? Ich muss das erinnern, da kommt es wirklich auf den Anwendungsbereich drauf an. Wir haben gute Erfahrungen mit dem E3, mit dem Golf, aber der Hyundai Ioniq ist super, der Renault, der Zoe, genau. Okay, du hast mehrere Marken dabei. Ja, ich bin gespannt, was du uns erzählen willst, willst und wirst. Bis nachher noch einmal. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank.